Hallo Leute, hier ist eure Lisha und herzlich willkommen zum dritten Tag der Midsommar-Schatzjagd-Quest von Felix. Und ja, heute gibt es einiges zu besprechen, denn Star Stable hat heute ein Foto in den News, also in den News ein Foto hinzugefügt und darüber reden wir jetzt gleich einmal ganz kurz. So, erstmal Hallöchen ihr Lieben, guten Tag. So, okay, jetzt der dritte Tag. Suche zwischen Pferden und Terrassen und Trauben. Heute ist der Schatz in dem Gebiet versteckt, zu dem ich dir gerade den Hinweis gegeben habe. Ähm, gut, das Pferde, Terrassen, da war ich jetzt gerade noch ein bisschen, ne, was könnte es denn sein? Aber jetzt ist es natürlich klar, Trauben, das ist dann am Weingut der Baroness, ne? Und vielen Dank für eure Kommentare gestern wieder. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ihr mir geschrieben habt, was ihr denn so Schönes bekommen habt und so. Und, ähm, anscheinend haben auch hier, also einige von euch die Shorts bekommen, die ich auch bekommen hatte. Äh, diese komischen lilanen Sommer-Shorts, die es schon seit drei Jahren gibt. Oh, und, ähm, ja. Ah, bereite ich dann. Okay, was hat Star Stable denn heute angekündigt? Also, allgemein hatte ich ja am Donnerstag bei Frag Delicious aber gesprochen, ob es wohl neue Friesen geben wird. Da die friesischen Sportpferde und auch die normalen Friesen, die ja bei, ähm, Mali, ne, bei Steve stehen, bei Steve stehen. Entschuldigung, nicht Mali, bei Steve stehen. Und, äh, die wurden nämlich reduziert. Und, ähm, zwar kosten die statt 990 nur noch 790 Star Coins. Und da haben die Melissa Goldfors und ich schon, ich weiß nicht genau, wo ich suchen muss, deswegen, ah, hier, okay. Ähm, haben die Melissa Goldfors und ich schon spekuliert. Oh mein Gott, ist das ein Zeichen, dass die Friesen einen Remake bekommen. Und tatsächlich hat er dann Star Stable einen Tag später das Ganze bestätigt und gesagt, ja, neue Friesen werden kommen und zwar schon bald. Und da habe ich gesagt, okay, entweder nächste Woche oder darauf die Woche. Und heute hat Star Stable ein Bild gepostet. Ich blende euch das mal ein. Von einem Friesen und, oh mein Gott, ich finde die Halspartie so unglaublich schön. Und mit dem Kopf, muss ich sagen, da weiß ich jetzt gerade noch nicht, ob mir das jetzt so gefällt. Das muss ich, glaube ich, ingame sehen, weil, ja, so ein Bild kann immer anders aussehen, als wie sie echt ingame aussehen, ne. Und, äh, aber diese Halspartie sieht echt toll aus und auch so der Oberkörper von den Friesen. Also, ich kann doch nicht mal sagen, welcher Friese das sein könnte. Es könnte ja sein, dass sie wieder drei Farben reinbringen, so wie sie es, ähm, jetzt bei den alten Modellen schon haben. Also, einmal so ein schwarz-blau, schwarz-braun und schwarz-grau. Ich würde sogar schon fast sagen, das sieht eher so nach ein bisschen schwarz-grau aus, oder? Oder doch eher schwarz-blau? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Und ich bin vor allen Dingen, ähm, gespannt darauf. Da habe ich auch mit Kadi vorhin schon gesprochen. Obwohl die Mähne weht, weil wir sehen, die Mähne ist ziemlich lang. Also, sie wirkt zumindest ziemlich lang. Und, ähm, wir haben uns schon gefragt, ob die wohl wie bei den Shire-Horse-Pferden wehen wird. Ob die mitweht. Und, ähm, hm. Ich hoffe vor allen Dingen, dass man auch diesen Friesen jetzt endlich mal Zöpfchen machen kann oder so. Weil ich fand das ziemlich doof, dass man den Friesen keine andere Mähne machen kann. Da wird einem immer gesagt, ja, der Pferd hat so eine schöne Mähne, die kannst du nicht verändern. Ja, supi. Nicht jedem gefällt dieses lange Welte, ne? Mein Gott, wo muss ich denn suchen, um Himmels Willen? Ich gucke und gucke und gucke und habe erst zwei Stellen gefunden. Suche zwischen Pferden, Terrassen und Trauben. Hm. Ähm. Ja, ob die Mähne wohl mitwehen wird. Und was mich noch viel, 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 viel mehr interessiert, ist, ob die Friesen viel kosten werden. Und ich rede jetzt hier nicht nur von 990 Star Coins. Denn die Friesen haben ja vorher 990 Star Coins gekostet. Jetzt ja nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch 790 Star Coins. Aber, ich habe jetzt extra den Beitrag nochmal rausgesucht von den Star Stable News. Ähm, am 12.06.2013 wurden die Pferde, die Friesen, released. Die kamen da raus. Am 12.06.2013. Das weiß ich noch, da habe ich gespielt. Und das war das aller, 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 allererste Mal, wo ich mir tatsächlich 700 Star Coins gekauft habe. Extrem teuer. Aber ich wollte so einen Friesen haben. Und das war das allererste Mal, wo ich mir Star Coins gekauft hatte. Aber jetzt werde ich aber langsam sauer. Ach, vielleicht muss ich hier hinten gucken. Oh, okay. Und da stand nämlich drin, dass der Einführungspreis bei 990 Star Coins liegt. Das stand in den News. Und dass der reguläre Preis von den Friesen 1.299 Star Coins wäre. Ja, also nochmal wesentlich mehr hätten wir eigentlich zahlen sollen. Der war halt nur, es wurde halt gesagt vom Weg, ja, jetzt am Anfang kostet er nur in Anführungsstrichen 990. Und später kosten die dann 1.299. Und, ähm, ich packe euch... Oh, ich hatte Schatz gefunden. Yes, hätte ich fast verpennt, ey. Und ich packe euch mal, ich hoffe, dass das zumindest funktioniert, den Link, wo ihr das sehen könnt, in die Videobeschreibung. Ich hoffe, das wird euch angezeigt. Das ist Artikel, ich glaube, 319 steht hier oben. Zumindest in der, äh, in der, in der, in der, in der www.starcell.com.de Artikel. Und da steht da 319. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Artikel 319 ist. Wer weiß das schon. Und, äh, da steht das nämlich drin, dass die wirklich später 1.299 kosten sollten. Und ich warte eigentlich darauf, dass sie dieses Jahr das erste Fert releasen, was wirklich über 1.000 Star Coins kostet. Das wäre echt krass. Aber ich kann es mir echt gut vorstellen, dass sie es noch machen werden. So, Felix. Du hast den Schatz gefunden. Glückwunsch. Blablabla, blablabla, blablabla. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. So, oh, ich habe eine Cappy bekommen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich habe... Ne, die nicht. Die hier, die Sommerblum... Den Sommerblumigen Reithelm. Den habe ich schon. Aha. Okay. Ähm, dieser Helm gibt am Reiten plus 1 und 95 Jorvik Schilling, wenn wir es verkaufen würden. Und es hat Spieler Level 3. Ähm. Ich selber finde die jetzt nicht so awesome. Habt ihr die auch schon bekommen? Was findet ihr von der... Was haltet ihr von der Kappe? Ich bin jetzt... Hm, naja. Ja. Ja. Na gut, vielleicht kriege ich ja morgen was Schönes. Und, ähm, ja. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr denkt, was die Friesen kosten werden. Ob die Mähne zu verändern ist. Ob die Mähne wählen wird. Und ob ihr auch denkt, dass sie da drei Farben von den Friesen dann rauskommen werden. Ich freue mich über eure Kommentare. Ich wünsche euch ansonsten ein schönes Wochenende. Viel Spaß bei der Schatzsuche. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Eure Lysia. Eure Lysia. Eure Lysia. Eure Lysia. Eure Lysia. Vielen Dank.